Das Gefecht von Garcia Hernandez fand einen Tag nach der Schlacht von Salamanca am 23. Juli 1812 in der Umgebung des heutigen Ortes Garcia Hernandez in Spanien statt. Die schwere Kavaleriebrigade der britischen deutschen Legion unter Generalmajor von Bock attackierte die französische Nachhut und zerschlug nacheinander drei französische Carreys. Verlauf unter direktem Befehl Wellingtons trafen am 23. Juli die leichte Kavaleriebrigade unter Generalmajor Ensen und die schwere Dragona Brigade der Legion unter Generalmajor von Bock auf die gut postierte französische Nachhut aus Artillerie, Kavalerie und einigen Bataillonen Infanterie die unmittelbar von Brigade General Maximilian Feuer befehligt wurde. Der nach dem Debakel von Salamanca anstelle des verwundeten Marmont den Oberbefehl über das französische Heer übernommen hatte, Lloyd Wellington befahl den Angriff auf die gegnerische Kavalerie, die sich unter dem Angriff von Ansons Brigade und angesichts der nachrückenden Dragona zurückzog. Die dritte linke Schwadron unter Rittmeister Gustavus von der Decken beschloss spontan, dem Flankenfeuer der nahestehenden Infanterie durch einen Angriff auf dieselbe zu begegnen. Von der Decken und Leutnant Fons starben im Kugelhagel des Carreys und Rittmeister von Uslargleichen übernahm die Führung und setzte den Angriff fort. Es gelang den Dragon an, die französischen Bayonette trotz heftigen Abwehrfeuers zu erreichen. Ein Pferd, das mit seinem toten Reiter zu nah an das Carreer herangekommen war, wurde zu spät getroffen und stürzte unmittelbar auf das kniende erste Glied der französischen Infanterie, was in der Schützenlinie kurzzeitig für Unordnung sorgte. Dies nutzten die Angreifer aus Drängen durch die Lücke in das Carreer ein und zerschlugen es. Rittmeister von Reizenstein wurde von diesem Erfolg angeregt mit seiner zweiten Schwadron das zweite Carreer am Hügelkamm zu attackieren. Er wurde von starkerem und zerstörerischen Abwehrfeuer empfangen, in dem Leutnant Heugel fiel und Leutnant Tappe schwer verwundet wurde. Die Reste der beiden zerschlagenen Carres bildeten ein drittes Carreer, welches von der dritten Schwadron unter Rittmeister Baron Marschalk und Teilen der zweiten unter Leutnant Fumetti ebenfalls gebrochen und komplett aufgerieben wurde. Ein weiterer Angriff auf das vierte von den flüchtenden Infanteristen gebildete Carreer blieb erfolglos, da die Dragoner zu stark dezimiert und erschöpft waren. Im Hagel aus Musket und Kugeln und Steinen wurde Rittmeister von Uslar getötet und Leutnant Fumetti verwundet. Die Dragoner sahen von weiteren Angriffen ab. Verluste Auf der Seite der Briten starben vier Offiziere, darunter die beiden deutschen Dragoner Rittmeister. Zwei Leutnants wurden verwundet. Von den Unteroffizieren und Mannschaften wurden 48 Mann getötet und 56 verletzt. 67 Pferde starben, 46 wurden verwundet. Dazu gerieten sechs Mann in Gefangenschaft und vier Pferde wurden erbeutet. Folgen Bemerkenswert an diesem Gefecht ist die Tatsache, dass es einer reinen Kavallerieeinheit gelang, eine Inkaries aufgestellte, gut geführte Infanterieeinheit zu schlagen. Wellington schreibt in seinem Bericht vom 24. Juli 1812 an Bethhurst, während wir alle Pursue at break of day in the morning with alle Sametroops and Major General Box and Major General Ensons Brigades of Cavalry, which adjoined during the night and having crossed alle Thomas W. Kamee up with alle Enemies Rear of Cavalry and Infantry near La Serna. They were immediately armed by alle zwei Brigades of Dragoons and all Cavalry FLED leaving the infantry to a dare fate. Für die King's German Legion war Garcia Hernandez ein einschneidendes Ereignis. In Anerkennung der Leistung der Dragona wurden die Offiziere der gesamten Legion durch eine Verfügung des britischen War Office vom 10. Die Dragona der Legion erhielten beim Einzug in Madrid kurze Zeit später den Ehrenplatz und führten die Parade an.